Aufgrund der aktuellen Flüchtlingswelle möchten wir euch erklären, warum Menschen ihr eigenes Land verlassen. Damit hat sich Everett Lee in ihrem Push-Pull-Modell beschäftigt. Push besagt, dass Menschen aus einem Gebiet weggedrückt werden. Und Pull heißt, dass Menschen von einem Gebiet angezogen werden. Das bedeutet, in Land A wohnt Person A. Ihr geht es schlecht. Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen können sozioökonomische Push-Faktoren wie Hunger und Arbeitslosigkeit vorliegen. Auch politische Gründe wie beispielsweise Krieg und Diskriminierung kann Person A aus dem Land drücken. Außerdem können Natur- und Umweltkatastrophen, also ökologische Gründe, Person A dazu bewegen, ihr Land zu verlassen. In Land B wohnt Person B. Ihr geht es gut, denn die Situation in Ihrem Land ist eine bessere. Genug Nahrung und viele Arbeitsangebote bilden eine gute sozioökonomische Grundlage für Land B. Weitere Pull-Faktoren sind politische Gründe wie Frieden und Gleichberechtigung. Ökologische Gründe sind beispielsweise bessere klimatische Bedingungen und keine Umweltgefahren. Diese Faktoren führen dazu, dass Person A in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in Land B auswandert.